Was ist denn passiert mit dir? Du hast doch sonst nicht so einen Fusschen. So scharf auf den Knast bist du? Mach es doch. Lass mich da raus. Fusschen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Es ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zur Zeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Das ist gut. Was? Richtig gut. Nein, ach. Nein, du verstehst das nicht. Doch, doch. Du bist gut. Du bist fantastisch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich bin beeindruckt. Ich bin normalerweise nicht so. Tut mir leid. Doch, doch. Bist du. Ich kann ziemlich lustig sein, wenn du willst. Sag mir, was ich sein soll und ich bin es für dich. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Was? Na, über irgendwas Wichtiges zum Beispiel. Über, über Probleme des Lebens, Mann. Probleme des Lebens? Ja. Alter. Was? Na, was denn? Was? Nee, nichts. Nichts. Ja, was, 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 was? Nee, 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 nee. Und das hast du dir jetzt so, ich meine, wann hast du dir das jetzt so überlegt? Jetzt, gerade eben. Ah, gerade eben.